Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Crusader Kings 3 mit unserem Herzog Markwart von Tirol. Schaumburg haben wir ja erobert beim letzten Mal. Wir müssen uns natürlich hier weiter bewegen und das ist keine allzu leichte Aufgabe, weil wir ja hier, wir wollen ja König werden. Wir müssen auch unbedingt König werden, weil sonst das Reich zerfällt. Aber ich stoppe jetzt mal. Erstens könnte man hier das Herzogtum von Salzburg erschaffen, das schauen wir uns aber gleich an. Aber nach einem Krieg schauen wir ja erstmal in den Kerker rein und wir haben hier nur mehr die Agnes drin, die uns 50 Gold bringt. Hätten wir übrigens sowieso entlassen, weil Kinder entlassen wir immer. Ohne größere, ohne größeres Primborium. So, jetzt werden wir mal schauen, das Herzogtum von Salzburg. Ob das könnte man dann eigentlich erschaffen. Warum nicht. Warum nicht. Aber trotzdem brauchen wir hier noch was anderes. Da haben wir hier ja Grafen, der Spielererbe. Die Frage ist halt für mich dann, wenn ich jetzt auch denen auch was gebe, wären die dann. Aber die können ja nicht Herzöge werden. Hm. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Titel vergeben. Den Reichssitz kann man natürlich nicht weitergeben. Schauen wir jetzt mal der Schaumberg. Schaumberg. Ob er Schaumberg bekommen kann, kann er bekommen. Der ist dann der Warsall geworden. Schaumberg. Der Rum ist bekannt. Im ganzen Land. Sehr schön. Jetzt wird das schon, nimmt es schon richtig mehr Gestalt an. Und wirklich schade, dass die sich nicht alle aus dem Heiligen Römischen Reich rausgehen, dass wir dann einzeln oder innerhalb kürzester Zeit die dann vereinnahmen könnten. Und sagen immer warten müssen, bis der Waffenstillstand alle vier Jahre, praktisch alle vier Jahre ein neues Ding hier hinzufügen. Und dann dauert das ewig, bis wir hier mal das Königreich von Bayern gründen können. Weil das wäre alles kein Thema. Gut, 400 Gold haben wir gleich beisammen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon einen Anspruch. Ich schalte mal wieder zurück. Das wäre, äh, jetzt mal kurz schauen. Der Anspruch ist das jetzt Linz. Die Schuhe. Die Schuhe, der Anspruch. Heilstadt. Heilstadt wäre eigentlich dann das nächste, würde ich mal sagen. Ja, die Gegnerischen Truppen wären auch immer stärker, aber wir sind auch nicht schwach. Ja, ein Titel, Erbner, Mal oder auch nicht. Vermutlich ja eher nicht. Jetzt in der Bildung kann man jetzt die Theologie freischalten. Er ist Theologie, Bildung plus drei. Sehr gut. Die Eigenschaft Theologie hat er ja erhalten. Und jetzt müssen wir uns überlegen, auf was wir jetzt gehen, auf was wir jetzt hier freischalten. Das ist ja eigentlich dann, dass die Verwaltung sollt hier auch vielleicht ein bisschen, weil er auch so wenig Domänen hat. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir auf Verwaltung. Auf Domäne kann er nicht. Kann er noch nicht. Weil Jetzt kann er. Jetzt kann er. Hat ein bisschen gedauert, bis die Freigabe da erfolgt ist. Jetzt fragt sich die Entwicklung. Alter, das ist wirklich auch die unendliche Geschichte. Ich glaube kaum, dass die vier Jahre jemals rumgehen, beziehungsweise ich dachte, die vier Jahre sind schon längstens vorbei. Und es gibt in Rengsburg ein schönes Festmahl, das natürlich uns ein Vergnügen sein wird. Alles ist dabei. Jetzt sind alle schon recht positiv bestimmt. Keiner ist mehr hier großartig unzufrieden. Sei es auch über die Ausrutscher, die er ja hatte, als er hier mal die E gebrochen hat. Und schon wieder ein Festmahl. Ja, gibt es denn so viele Festmähler auf einmal oder war eines dann doch nicht? Bitte sprecht weiter. Höchstinteressantes Gefasel. Graf Walter. Es ist einfach, es ging einfach drunter und drüber. Da haben wir ein Druckmittel. Geben den Graf Walter. Der Graf Walter kümmert nicht an, dass das Essen leicht verspätet zerritten würde. Wenn nicht gerade sein Mann knut, hört man ihn selbst insofern. Er macht sich zum Nahen. Da könnte man unsere letzte Anspannung noch abbauen. Othilo hat recht. Wo ist unser Essen? Futtern. Wir wollen hier Futtern. Und den Papst können wir ein Recht bitten. Der auch gern und immer mehr zahlt. Ach, ich lebe wohl mein Kusser. Jetzt mal schauen. Das kann man eigentlich nie geliebt haben. Da könnte man hier noch was machen. In Ingolstadt. Die Kernbrückbahn. Ah, jetzt hat der Graf Walter mehr Meinung von uns. Können wir das hier mal ausschalten. Da kann er das aufgeben. Und wir schauen jetzt mal weiter. Beziehungen. Beziehungen. Ja. Ja. Wer trinkst die Frau ist ein Freund. Natürlich. Äh. Die war sein. Da ist soweit alles gut. Außer der Bürgermeister. Noch ein Bürgermeister. Ja. Dann werden wir doch mal. Auch wenn dieser das eigentlich nicht so interessiert. Ja. Ja. Geizig. Tafer. Er will das hier durchsetzen. Und damit. So. Manfredo. 41 mittlerweile. Ah. Die Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst. Das ist das Beste. Wenn man hier sagt. Okay. Es wird sich hier die andere Fraktion auflösen. Und wir müssen mit der Leensautorität 1 zurück. Ja. Gut. Dann sagen wir. Okay. Das wäre ja dann halb so wild. Aber ich würde natürlich gern. Oh. 1163. Also erst in 8 Jahren. Äh. Auf 4 stellen. Reichsgröße 15 Grafschaften. Du meinst von euch. Was sollen 9. Herzogtum von Tirol. Der Herold wird erwachsen. Der Sohn. Was soll der Ritter von euch. Jawohl. Und der Udo wird auch erwachsen. Das waren ja Zwillinge. Das waren ja Zwillinge. Das waren ja Zwillinge. Dann werden wir das gleich mal in Angriff nehmen. und werden hier mal. Und werden hier mal. Das haben wir ungefähr 5 Jahre Differenz. Das stimmt schon mal so. Äh. Die Mächtelt. Die Mächtelt. Was ist das? Das ist Volkenstein. Die Mächtelt. Die Mächtelt. Was ist das? Die. Die Mächtelt. Das würde auch passen. Begriffsstutzig, ausgezeichnet, dann nehmen wir gleich den nächsten, den haben wir aus Schamberg gegeben und der Udo, eine Riese, natürlich Zwilling, das wissen wir ja. Geisenhausen, Volkenstein, Finnland, kommt mal frisches Blut rein, würde ich sagen, die Inga Stark und der Riese, jawohl, Udo und Inga, da haben wir aber jetzt diplomatisch gesehen, sehr sehr viel verbindet, die noch mal knappe 9000, das sollte passen und jetzt gibt es schon wieder mal ein Festmahl, herzliche Begrüßung. Oh, die zwei wollen nicht, die zwei Cousins, Boden des Krugels, hörte ich da gerade, wie ein leerer Krug auf dem Tisch abgesetzt wird? Ich glaube, Gerhard muss magische Ohren haben, Hauptamtmann, oh, 75, nein, Trunkenbold auf keinem Fall, ja, 10, weniger macht nichts, das macht nichts. So, eine Unterhaltung, die Bürgermeisterin Emma, ein interessantes Gespräch, ne, also mehr Freunde, ja, nicht, der ist geheilt, der Marquardt, der ist geheilt. Mit seiner Beziehung, mit seinen Affären, vielleicht können wir auch die Affäre beenden, von Affäre trennen, das werden wir jetzt auch machen. So, zurück nach Hause, da trennen wir uns von der Affäre, es ist, muss mal Ruhe sein. Könnt ihr ja hier mal schauen. Schauen wir hier mal durch, der Clip. Das war die, oder? Sollten wir hier einen Mann suchen. Sollten wir hier einen Mann suchen, den Ruprecht, den bescheidenen Ruprecht. Ich hoffe jetzt, dass du das war. Die suchen wir jetzt einen Mann. Sollten von euch, den werden wir jetzt aber nicht legitimieren, die wachsen jetzt in der Familie auf. Und damit ist es gut. Schauen wir nochmal hier rein. Könnt ihr die auch einmal anpinnen. Jetzt ist sie weg, die Willy Birk. Jetzt ist sie weg. Kann man die suchen. Willi Birk. Willi Birk. Oder wir suchen nach Kind. Dann Söhne von mir. Die sind jetzt weg. Gehen wir noch ein bisschen Geld mit. Auf dem Weg. Da ist nichts los. Obwohl hier die 1 sind. Hm. Seltsam. So. Nach drei Jahren. Okay. Dann geht es hier schon flott weiter. Haben wir hier keinen Arzt mehr? Doch. Immer noch den Matthias. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir auch hier mal. Okay. Das passt alles. Das passt alles. Alles gut. Machen wir das alles richtig. Gehen wir auch gut für den D-Twin. Was da? Ja. Da haben wir noch den D-Twin. Die Willi Birk. Ihr seid für eure Hingabe in eurem Glauben bekannt. Sind wir jetzt wieder aufopferungsvoll. Da ist sie noch die Willi Birk. Werden wir jetzt mal halt. Werden wir jetzt mal. Vielleicht können wir ihr ein Geschenk schicken. 50 Gold. Ja. Nächstens. Sie hat jetzt 50 Gold. Sündig. Okay. So. Und wieder ein Festmahl. Ein Festmahl. Das andere. Herzliche Begrüßung. Das ist ja das hier wieder in der Nachfolge. Festmahl. Bitte sprecht weiter. Die Lütka. Die Cousine. Sie ist pervers. Aber das ist für uns eigentlich ziemlich uninteressant. Festmahl. Eine Unterhaltung. Wie ein Gericht aufgerübt. Wenn man nicht passiert. In den Ohren. Bitte sprecht weiter. Nein. Keine Beziehung. Interessantes Gespräch. So. Die Übungsfelder wurden gebaut. Und jetzt geht's zurück nach Hause. Also es ist eigentlich alles sehr harmonisch. Alles wunderbar soweit. Und hier könnte man jetzt mal Schamburg auch die Kontrolle mehr reinbringen. Ansonsten gibt's eigentlich nichts. Was hier wäre. Die mächtigen Basalen sind hier alle drin. Und tjo. Das ist gut. Und wir haben noch jetzt zwei Jahre zu warten. Dann können wir hier nach Hallstatt uns bewegen. Und zwischenzeitlich könnte man auch mal links die in Anspruch fingieren. Weil unser Bischof ist ja nicht gerade der Allerschnellste. So. Wo waren dann denn die hin? Die Verlobten können heiraten. Haben auch geheiratet. So. Das machen die ja von selbst. Wahrscheinlich nicht gleich. Äh. Hier. der Einspruch erhebt. Dann ist es schon wieder vorbei. Apropos vorbei. Ich. Äh. Die Staffel ist wieder zu Ende. Also meine Aufnahmesession ist wieder rum. Ich habe. Ich weiß jetzt gar nicht wie viele Folgen es waren. Sieben oder acht Folgen am Stück. Ist ja immer so. Man macht es ja immer so. Ich nehme nicht nur eine Folge auf. Und mache dann die Mühe. Äh. Hier immer wieder. Äh. Neu zu starten. Und wieder eine Folge. Und wieder eine Folge. Sondern immer gleich viele. Auf einmal. Und. Ja. Es ist einfach jetzt. So. Dass wir. Hier unbedingt. Das Königreich Bayern schaffen. Müssen. Dürfen. Sollen. Und dazu fehlen uns aber noch sieben Kraftschaften. Äh. Äh. Mehr als 50 Prozent. Also. 22 erforderts. Und 15 haben wir erst. Dadurch müssen wir natürlich wieder weiterhin aktiv werden. Und das wäre dann. Äh. In. Zwei Jahren. Schauen wir mal kurz. Noch mal nach. In zwei Jahren. Wenn der Waffenstillstand ausläuft. Bis dahin. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Eine gute Zeit. Die nächste Folge kommt. Und dann sehen wir weiter. Was hier. Unser Markwart von Tirol so treibt. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wie gesagt. Tschüss. Tschüss. Lieblings minion. hr